Jo Leute, was geht ab und willkommen zu der neuen Analyse Tape Rates vs. Mimik. Und ja, was soll ich groß sagen, diesmal ein bisschen anders, die Analyse ohne, dass ich mich zeige. Und ja, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr es sehen wollt, so, ob ihr wollt, dass ich mich zeige und die Runden einblende, ob ich nur die Runden zeigen soll oder mich nur zeigen soll und das halt sagen soll oder wie auch immer. Aber da will ich jetzt gar nicht so lange rumlabern. Ja, es geht erstmal bei Mimik um das Video. Er hat so ein paar Cuts drin, ein bisschen schlechter als das von AK Alex auf jeden Fall, muss man sagen. Aber er hatte auf jeden Fall Cuts drin. Tape Rates hat zum Beispiel kein Video, er hatte nur ein Stampet, wie ihr es gerade hier seht. Deswegen bekommt Mimik von mir 5 Punkte und Tape Rates bekommt 1 Punkt. Flow. Flow finde ich bei Mimik, es hat halt so, er hat seinen eigenen Flow, der halt einfach nur entertaint. Deswegen kann ich ihm da nicht so viele Punkte geben. Ich gebe ihm 4 Punkte für Flow und Tape Rates, der hat einen recht angenehmen Flow, der ist recht cool. Kriegt er 8 von 10 Punkten. Hook. Ja, bei Mimik finde ich, er hatte nur Hook. Ja, die kann man sich ab und zu geben, aber auch nicht auf Dauer. Deswegen gebe ich ihm 5 von 10 Punkten. Tape Rates hatte leider keine Hook. Deswegen kriegt er von mir bei der Hook 0 Punkte, weil es ja keine gab. Technik bei Mimik. Er hatte eigentlich eine recht solide Technik. War auf jeden Fall in Ordnung. Deswegen kriegt er 5 Punkte. Aber im Gegensatz zu Tape Rates. Tape Rates hat eine richtig geile Technik eigentlich, kann man so sagen. Also könnt ihr mal sagen, wie ihr es wandert. Deswegen kriegt er 8 von 10 Punkten. Voting. Voting finde ich, Mimik, wurde schon krass gehatet, kann man so sagen. Schade. Kriegt er auf jeden Fall 3 von 10 Punkten. Und Voting bei Tape Rates. Tape Rates ist ja gut angekommen. Deswegen kriegt er von mir 8 von 10 Punkten. Bei den Punchlines. Mimik, finde ich, hat bei den Punchlines zum Beispiel das mit dem Kondom. Ja, und du wirst gefickt. Du wirst mit dem Kondom gefickt. Und das mit schlechter Qualität. Gott, Alter. Ich sollte mal wieder besser sprechen lernen. War eine richtig geile Punchline. Hatte noch ein paar andere Punchlines, die gekontert haben. Im Gegensatz zu Tape Rates. Dings, also die haben gekontert einfach. Als ob sie sich abgesprochen hätten. Hat er einfach gekontert. Das war schon krass. Deswegen kriegt er von mir 14 von 30 Punchlines Punkten. Tape Rates. Bekommt dafür. Der hat auch sehr gut gepuncht halt gegen Mimik. War auf jeden Fall sehr, sehr nice. Da bekommt er von mir 20 Punkte von 30. Denn er hat ja so... Seine Freundin hat er da sehr viel gedisst. Aber mit diesem Schwanz einfach so... Digga, das kommt so gut rüber. Das entertaint mich einfach so krass. Das kann man sich richtig geil geben. Da bekommt er einfach von mir 20 Punkte von 30. Ja. Weil echt Props an beide. Richtig geile Punchlines. So, dann kommen wir jetzt einfach zum Entertainment. Entertainment finde ich bei Mimik, er hat richtig, richtig geile Entertainment. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Habe ich auch unter den Kommentaren zum Beispiel auch gesehen. Manche fanden es auch entertainmenthaft. Ich finde, da kriegt er 8 von 10 Punkten. Und Tape Rates hat einfach mit seinem Flow entertained, mit dem, dass er seine Freundin hat, irgendwie einen Schwanz und so. Und er hätte sie gefickt, hätte sie keinen Schwanz. Hat auch mega entertained. Da kriegt er von mir 7 von 10 Punkten. Bei extra Punkten kriegt Mimik, finde ich, 6 von 10 Punkten. Weil er hat halt echt wenigstens ein Video gemacht. Er hat entertained. Er hat so eine geile Punchline, das mit dem Kondom mit schlechter Qualität gefickt und so. Ja. Finde ich eigentlich, sollte man schon mit 6 extra Punkten beloben. Beloben, belohnen. Alles klar. Extra Punkte finde ich bei Tape Rates. Da kriegt er von mir, ja, 7 von 10 Punkte. Er hat einfach echt eine geile Runde in den Mischmasch gebracht. Und er hat halt noch einen zweiten Part bei sich hochgeladen, das ich aber leider nicht mitbewerten konnte hier. Aber dafür, finde ich, sollte er mindestens einen extra Punkt nochmal dazu kriegen. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen, ja. Gewonnen hat Tape Rates mit 59 von 100 Punkten. Und Mimik hat 50 von 100 Punkte. Damit ist Tape Rates weiter im Halbfinale. Glückwunsch! Glückwunsch! Untertitelung des ZDF, 2020